Müsst du mir deine Lunge helfen? Du bist nicht hauer, meine Lunge geht nicht. Du bist arm. Das so wie du. Arme Sau. Wir haben mal einen Führerschein. Nicht? Ich hab noch einen Führerschein. Aber jetzt nicht. Bei der Polizei schon abgegeben. Nicht mehr lange. Wie geht denn der Urlaub los? Wirst du eigentlich die ganze Zeit saufen? Am Juli erst? Wir müssen nicht deine Mutti formen. Nee. Mutti! Form ich mal ins Nennl! Ich brauche Küssi! Ich hab die gemacht, dass wir was am besten kennen. Na, das ist nicht so. Schreib was nicht so gut. Naja. Das ist kein Auto. Was denn? Urteil im Motor. Okay.